Organspende, das Thema bei uns. Herzlich willkommen. Viel wird diskutiert, man hört immer nur so halb hin. Fakten gibt es jetzt und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Dr. Tim Sanders von der Uni Jena, herzlich willkommen nochmal. Experte in Sachen Lungentransplantation. Ja, sehr gerne. In der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgien. In Jena leite ich das Programm für Herz- und Lungentransplantation. Und so ist es mir immer ein Herzensanliegen, auch über die damit verbundenen Probleme. Und Fragen gibt es jede Menge. Zum Beispiel die eine, wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt jemand als Spender geeignet ist? Brauchen wir noch gar nicht, ob er überhaupt einen Spenderausweis hat oder nicht. Wie ist der Prozess, bis dann klar ist, jawohl, hier ist ein potenzielles Spenderorgan. Wie läuft das ab? Sie meinen, wenn schon klar ist, dass es ein Spenderorgan gibt und wie dieses nun verteilt wird, dafür zuständig ist die Stiftung Eurotransplant in Leiden. Und an die Stiftung werden dann die potenziellen Spender gemeldet und die Organe eben nach einem speziellen Computeralgorithmus geguckt, wer ist der entsprechend nächste Empfänger auf der Warteliste oder den Wartelisten für die unterschiedlichen Organe. Und Eurotransplant informiert dann per Telefon das Zentrum, zu dem der entsprechende Patient gehört. Und dieses Zentrum hat dann wiederum 30 Minuten Zeit, eine Entscheidung zu treffen, ist dieses Organ wirklich für den Patienten geeignet oder nicht. Gleichzeitig wird dann auch schon im gleichen Moment das Zentrum mit dem zweiten Patienten informiert, um eben Zeit zu sparen bei diesem doch komplexen Vergabe-Algorithmus, um denen eben schon die Möglichkeit zu geben, sich das auch anzusehen und zu gucken, wenn die Ersten sagen, nein, für unseren Patienten ist es nicht geeignet, dass dann direkt die Entscheidung gefällt werden kann, okay, der ist jetzt geeignet. Weil letztendlich ist es eben wichtig, dass das Ganze eben möglichst schnell abläuft, weil auch so eine Hirntod-Konstellation eines Spenders lässt sich nicht unendlich aufrechterhalten. Und es gibt zu wenig Spender, muss man ganz klar sagen. Gründe gibt es ganz viele. Es gibt jetzt auch Überlegungen in Sachen Gesetz, was zu machen. Entscheidend für alle, die vielleicht sagen, ja, ich würde vielleicht mir einen Spendeausweis, Organspendeausweis zulegen, aber es ist mir zu viel Bürokratie, ist mir alles viel zu schwierig und zu kompliziert. Der Dr. Sandhaus hat uns das mal gezeigt. So sieht sein Spendeausweis aus. Das ist einmal, steht vorne drauf, Organspende rettet Leben, darum geht es. Und dann denkt man, man muss viel ausfüllen. Dem ist nicht so. Man hat einfach nur, da steht der Name da, dann Geburtsdatum und dann einfach nur die Frage, hat man zwei Möglichkeiten, entweder ankreuzen, Organe und Gewebe können komplett entnommen werden oder Organe und Gewebe entnommen mit Ausnahme folgende Organe und Gewebe. Dann kann man eintragen. Mehr ist es nicht. Ja, das ist vollkommen ausreichend als Organspendeausweis und die sind auch einfach zu kriegen. Sie werden immer wieder von den Krankenkassen an alle verschickt. Wir haben sie natürlich auch bei uns in der Klinik überall ausliegen, sodass die Verfügbarkeit eigentlich gegeben sein sollte. Ansonsten kann man sich natürlich auch über zum Beispiel die DSO und anderen Institutionen so einen Organspendeausweis zuschicken lassen. Also das geht ganz einfach, aber wir haben so viele Fragen bekommen, beantworten wir auch alle, nur ganz kurz jetzt noch eine, die sich ganz viele stellen. Ja, wenn ich jetzt so einen Organspendeausweis habe, wird denn auch im Fall X auch genug getan, dass ich durchkomme, wenn egal was passiert, weil viele denken dann, naja, ich bin dann auf Deutsch gesagt, das Ersatzteillager, dann wird mal schnell der Hahn abgedreht. Viele haben so eine Gedanken. Und das ist auch sehr verständlich. Diese spezielle Hirntodkonstellation, die eben bei unseren Spendern in Deutschland gegeben sein muss, ist eben eine sehr komplexe Situation. Es ist immer mit einem intensivmedizinischen Aufenthalt verbunden. Und aus dieser Situation heraus muss es dann eben zum Erlöschen sämtlicher Hirnaktivität kommen. Und das wird dann auch eben entsprechend nachgewiesen. Für eine Organspende ist Voraussetzung, dass dieses zwei Fachspezialisten eben unabhängig voneinander feststellen. Und diese Feststellung wird dann auch noch einmal nach weiteren zwölf Stunden wiederholt, um wirklich ganz sicher zu sein, dass jegliche Hirnaktivität erloschen ist. Und nur dann kommt man in Deutschland als Organspender infrage. Das ist die klare Ansage. Noch mehr Informationen hier bei antennethüringen.de, auf Facebook und natürlich auch in unserem Programm. Dankeschön, Dr. Sandhaus. Und großartig, dass Sie heute bei uns sind. Sehr gerne. Vielen Dank.